Wir sind wieder in Holland, Teil 2. Wir haben uns jetzt hier was zu essen geholt. Frikantung, Junge. Gleich gehen wir wieder in die Halle. Da geht's rund, am Rad und eckig. Da geht's. 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 Das war Tag 5. Knie kaputt, Bremse kaputt, Gabel kaputt. Joni ist immer kaputt. Familie ist sehr gut heute. Keine Ahnung was da los was. Ähm, wir haben heute auch noch... Ja... In Norden gibt's Frauen, die Flairs machen. Crazy shit. Wir haben jetzt Tag 6. Wir sind jetzt auf dem Weg nach Wuppertal in den LocalFace-Tor, weil Lukas ein Fahrradmüllhaufen ist. Und danach... Hier bin ich Halle. Ich setz den Wuppertal im LocalFace. Lukas repariert. Wie man sieht. Wie man sieht. Hat er Ahnung, auf jeden Fall. Nee. Hier ist der Chef vom Laden. Schau, muss wissen, wer der Papa ist. Du Hohansons. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020